Es ist Januar und Sie haben zu viel gefeiert und zu viel gegessen. Doch das ist kein Grund, Trübsal zu blasen. Das ist traurig. Oder zu schreien. Denn wenn Sie genau hinsehen... Was siehst du? Fängt das Jahr gar nicht mal so schlecht an. Denn bei uns gibt's die beste Filmauswahl. Ismus? Magst du das? Das ist nicht fair. Was geht ab? Wurst du? Was? Servus. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Unsere Januar-Highlights. Jetzt in Ihrer A1-Videothek. Das ist ein Anna-ilateralist. Wir wünschen Ihnen ein aufовыеáser Syncone. Das ist ein Junge. Untertitelung des ZDF, 2020